Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PeetsBeeTV mit einer unserer Christian und wir schauen uns an. Was ist denn was für ein Game? Wir schauen uns an, Twitch-Game. Juni 2023 von Metresos. Ja, was möchtest du sagen? Felix, du hast ja jetzt abgebrochen. So simpel wieder. Man legt sich halt auch nicht mit Jupiter an, da war er nicht so klug. War so seine Aufgabe, du musst dann so ein bisschen... Bei der Süße wann? Nee, war Jupiter. War das ist PC-Gaming-Show, oder? Steht da unten sogar schon. Ich kann mich 0% an diese Konversation erinnern. Was der an Zaltung ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass es halt das ist. Ich schon, weil ich die ganze Zeit über griechische Götter rede und irgendwann mit Christian oder Peter, ich weiß nicht, ob sie mich darauf hinweisen, dass wir ja gerade in Rom sind. Ja, ich werde dich da bestimmt nicht drauf hinweisen. So, jetzt werde ich dich wahrscheinlich doch drauf hinweisen. Die Römer sind ja gar keine Griechen. Oh, ist das aber auch gefallen. Ich bin nämlich Geometrie, Mann. Ja, Geometrie? Was? Hä? Endlich sind wir immer Gameplay. Ich glaube, da lief das ja schon ein bisschen, kann das sein? Ja, ich glaube, war auch. Wer war das schon bei dir? Da war mir komplett dumm im Kopf. Das war one last thing oder so. Ich bin Geometrie, Mann, Alter. Das kann ich mir auf Steam mal angucken. Ja, viel Spaß. Hat dauert noch. Gegen Jen, das war das gerne für mir. DJ, Jay. DJ. DJ, richtig gut. Du bist du da einfach. Du bist du da einfach. Holy, holy moly. Richtig gut. Verdient. Es ist so krank. Verdient. Es ist so krank, dieses Mensch. Ich glaube, das war ein letzter. Junge, Junge, Junge. Nee, da habe ich schon gewonnen. Keine Chance. Nice. Deswegen war es wahrscheinlich einer der besten Clips oder meist angesehenen Clips, weil es dein Sieg war. Du recht. Das sieht ja cool aus. Hallo, gute Wannruhe. Das habe ich gerade eingetragen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das war schon ziemlich witzig. Das war schon ziemlich witzig. Ja, nein, nein. Das wäre jetzt aber auch krass gewesen. Gute Stelle auch. Du hättest sie jetzt einfach so, uh. Das wäre doch geil, wenn die den Bogen aufkleben und so, uh. Das ist schon schraubig, wenn man 100% der Frage richtig beantwortet, nur ein Punkt hinter den beiden Teams sind, die doch nicht die zweite Frage hatten. Und die hatten falsch. Aber dafür bleiben wir an Team 1. Also von daher ist auch krass. Da merkst du das, wie wenn die nun mit ist. Wo ich ganz ehrlich sagen, ihr hattet echt Pech, Peter und Zip. Egal, wir waren trotzdem dabei. Ja, das stimmt. Wir waren dabei. Das ist absolut korrekt. Aber mehr war auch nicht drin, Peter. Ich muss mal meinen Arsch in die Hand bewegen. Ne, warte, warte. Moment. Wie heißt das? Der Arsch in die Hand. Der Arsch in die Hand. Wow. Da ist Hand. Du schaffst das. Danke, Chat. Das ist sehr lieb. Ihr seid wirklich sehr lieb. Ich bin wirklich kurz vor den Tränen. Ich kann es gar nicht schreien. Oh nein. Ich komme nicht auf die Hand. Es ist wirklich, es ist so. Ja. Das ist ein Stich ins Herz. Habt ihr das gesehen? Hast du es geschafft? Alter, darf ich einfach mal 100er Prime Sub dalassen, Junge. Das ist ja wohl gigantisch, was ich hier gerade gemacht habe. War das wirklich gigantisch? Das war wirklich gut von mir. Normalerweise bist du bei der nur zwischen den Beinen. Oh. Oh. Ewe. Ja, genau. Wie genau geht der? Der geht mit Sprinten und an einer echten Stelle abkommen. Und eigentlich guckt man sich dann alles vor genau an. Und ich bin einfach gerannt und kam da hin, Alter. Aber wo? An dem Planet Skip. Der neueste Treiber. Etienne hatte da richtig Leistung gezeigt, oder wie war das bei dem? Etienne war richtig geil. Der war am Anfang bei der weiter hinten als da, wo man spawnt. Ah, nice. War sein Game. Bring Boost bis 250 Prozent. Installier den. Echt jetzt? Ey, ich bin gerade rausgetappt, deswegen ist gerade ein bisschen ruckelig. Hab ich den noch nicht installiert? Lass mich mal gucken. Öffentlich 30. Mai. Doch. Natürlich hab ich den installiert. Abgestürzt. Ich glaube auch. Geht das Video weiter? Ne, das Video geht weiter. Abgestürzt. Oh mein Gott. Komm wieder rein, Peter. Tut mir leid. Besser sorry than safe. Ja, besser sorry than safe. Besser sorry than safe, ja. Was hast du das Undocken gar nicht mitbekommen mit dem unfassbarer Sound? Besser sorry than safe, what the fuck. Ich bin ein bisschen überfordert aufgrund dieser Optik. Ja, ich auch. Da muss ich meine Augen so zusammengneifen, damit ich was sehen kann. Leute, das hat zwei Morimans. Ah, jetzt war bravisch doch komplett durch. Das war infällig. Also da fällt auf jeden Fall das Teil aus. Vibes. Oh meinst du wär ja schon so weit? Waaah, waaah, das ist auch ungesinnt. Hey, wie? Brav ist einfach komplett durch. Ich erinnere mich komplett an Episode vor. Heiß zu heiß, Alter. Ey, es ist jetzt Luke Skywalker. Ich glaube, du hast verzögert bei mir. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Scheiße, was da passiert. Warte, ich schau mal, wie das ist. Leider daneben. Das war schön. Das ist so schön. Soll ich das schon mal passiert? Stopp, 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 stopp. Ich bin in der Tonne gefangen. Ich bin draußen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Tut mir leid. Ein Horrorspiel, wo du schießen kannst, muss ich trotzdem mit Resident Evil messen. Er ist safe. Das wird hart. Guck mal, der ist auch ein Herz. Kann man den Herz tätowieren? Wenn du ein richtiger Schwerverbrecher bist. Das wird hart. Ich fand den gut, Bram. Holy shit. Der war awesome. Oh mein Gott. Das war ja ein Bild für die Götter. Ich bin ziemlich geil, ja. Das stimmt. Je nachdem, wie krass die Kämpfe sind, wenn die Kämpfe eher so groß sind. Ach der Fahrer, nee. Das ist der Hotabab. Warum spielst du der Kopf da nicht? Mir ist da noch zu wenig unnötige Gewalt drin. Da, Christian. Wo wollen wir denn hin? So da, so wollen wir hin. Und dann bewegen wir uns zu Fuß weiter, weil ich zu... Das war lucky. War da nur ein Stein. Nein. Kein Dingus oder so Fuß weiter. Jack Bram. Äh, Peter. Sorry. Ich glaub, der hat die Xbox gerade Ass genannt. Den hab ich. Das ist so asozial. Hä? Dieses Wegrennen war ja schön. Okay, Kiana, wir sind fertig. Alles klar. Ich muss pissen. Johnny. What? 22 Prozent. Das sind vier Punkte. Das ist Abfuck. Okay. Aber man kann, glaub ich, abstimmen. Wie das heißen soll. Albert, also Bär. Er Albert. Bernardo. Oder Garzi von Bär. Gab es nicht vier Sachen? Haben die eigentlich schon ausgeschlossen? Ja, warte. Bernhard. 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 Also hart wie das Herz. Boah, ich hätte den Mastober genannt. Ich mag immer noch Pädobär. Das ist Albert geworden. Albert, okay. Ja. So, jetzt die Frage. Aber warum könnten alle Flugverbot gehabt haben? Durfte man nicht fliegen? Warum? Also... Der Vulkan! Euer Schikolhückel! Oder wie der hieß. Du durftest noch ein halbes Jahr oder so nicht fliegen. Die konnten gar nicht fliegen. Warte mal. Aber das heißt, die konnten nicht fliegen. Ich bin natürlich gerade ein, ich bin natürlich auch dementsprechend gekleidet. Also ich habe mein Lilith-Fan-T-Shirt an. Ach, das war Pflicht. Oh, da ist ein Gegner vor mir. Oh mein Gott! Alles sechs für dich. Ich mache einen guten Job, glaube ich. Oh shit, da sind noch mehr. Medic! 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 Ich gebe dir auch einen Tipp. Ich bin in der Zone. Nice! Nice! Loll! Als ob du in dem Moment in meinen Raum reinkommst. Aber kein schlechter Tipp, ey. Ja, war gut. Zum ersten Mal einen guten Tipp von Sepp. Ja wirklich, Sepp. Normalerweise ist es immer so. Ja, es ist Juli. Hast du gesehen, wie ich die Gelater ausgeworfen habe? Nö. Das war komplett random gerade. Als ob du random da genau in den richtigen Raum reinkommst. Der Tipp war nicht mal gut. Der Tipp war nicht mal gut. Ja, jetzt ist das schon alles entspannter. Jetzt muss ich noch nicht... Boah, kannst du die auch festmachen? Was benötigt dir? Rava schickt mich. Ich suche nach Vigo. Vigo ist auf dem Krankenhausdach. Nicht mehr. Ich kann halt gegen die Fester nichts tun. Hast du ihn da weggetragen? Er hat mich beim Hacken vergesst. Scheiße, ich dachte, da wäre keiner. Fuck, der wäre weggegangen. Ich habe gedacht, wir warten jetzt, bis der weg ist. Ich wusste nicht, dass der da ist. Boah, du darfst nicht mit den Terminalen. Leider hat sich die Fester gerade mal kurz angeguckt. Nein. Das war sie, ne? Das ist richtig cool. Ich hatte auch diese einfache Frage mit Paris, die jeder weiß. Das stimmt tatsächlich. Die war wirklich ein bisschen einfacher als eure. Ich würde jetzt die Latte nicht so überlegen. Vielleicht kriegen wir ja später einfacher. Also ich... Meine Mutter schreibt Dankeschön mit einem Daumen nach oben und einem Kussmund. Oh, auf was genau? Oh, ist das auf meine Rechnung? Ja. Ich bin da... Will doch nicht lachen. Ich verstehe das auch nicht. Ich check das nicht mehr, woran die sterben. Ja manchmal stirbt man halt einfach. Also wirklich so instant weg. Und ich weiß überhaupt nicht warum. Ich bin aber einfach alles explodiert. Ich bin eingebrochen. Oh, oh. Alter Schwächen gestorben, genau. Ach du Scheiße. Oh, das war lustig. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, nice. Das werden wir spielen. Oh, das ist doch wieder so ein Streamer-Game. So ein Streamer-Game ist das. Das ist wie Getting Over it, nur dass du die beiden Beine nur bewegen kannst oder so. Das ist richtig dumm. Also schwierige Steuerung und du musst vorankommen. Der Klassiker quasi. Ah, okay. Horror. Ja. Lustig. Wie weit fällst du bitte? Ja, das ist doch nicht gar nicht so weit. Was? Wenn ich die Straße treffe, ist alles okay. Das ist eh schon super gut. Oh, den krieg ich mich nicht treffen, aber jetzt habe ich mich umentschieden. Straße, Straße. Oh, noch besser. Das Ding wäre 10 von 10. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Was? Ein kurzer Rücksetzer für mich. Du hättest doch wieder was cooles daraus gemacht. Ich liebe, wenn es selbst so verschwindet mit sogar 1,000 Zertig. Ja, das ist auch nur bei seiner Facecam, aber liegt an mir auf jeden Fall. Das Spiel zwischen... Sorry, what you received. You already completed it. Nix, go back. Deine Mutter geht back. Wir gehen hier durch und metzen an. Du schaffst das. Der Korko ist super. Das schaffst du. Der ist gar kein Problem. Der ist easy. Der ist easy. Wie lange hast du bis da gebraucht jetzt wieder? Ja, um drei, vier Minuten. Oder vielleicht weh nachdem wie gut ich war. Also wenn du gut bist, brauchst du nicht lange. Du kannst den ganzen Spiel dann 20 Minuten machen. Jetzt bin ich wieder an der Stelle. Was mache ich denn jetzt? Aber... Gar kein Problem. So, komm Stiff. Fahr schneller. Ist halt kurz vor Ende. Stimmt, danach habe ich dann mit Gorn gespielt. Ich hab zu Angst, dass ich da wieder nicht drauf lande, Leute. Wie lustig, wenn aus dem Hof jemand Jenkins gerufen hat. Ich muss die Seite drum schreien bei den Ankündigungen, damit wir in diese Kompilation kommen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon wir gehen können. Oh mein Gott! Far Cry 6! Oh mein Gott! Far Cry 6? Oh mein Gott! Wäre aber auch mal ein ganzes Spiel gesehen. Bei Far Cry Primal kommt einfach Far Cry 6. Ja. Also Christian sollte einfach mal zeigen, wie die Leistung geht. Der tut ja gerade aber ganz geschmeidig. Der führt doch hart. Den hab ich doch nicht. So, Christian jetzt einfach gewonnen hat. Vor alles hier. Einfach. Ich bin einfach durchgefunden. Ich weiß, warum du so spät bereit gedrückt hast. Damit du vorne spawnst und einfach insane abschiefert kannst. Oh, das war wild. Jetzt ist Halbzeit. Oh Gott. Jetzt ist Halbzeit der Mutter. Nein. Nein, jetzt ist Halbzeit. Hä, wir haben noch halb zwölf. Hä, die haben noch von zehn bis zwölf, machen die doch, oder nicht? Wir sind drei. Jay, da hast du nichts verpasst. Ich weiß. Aber Halbzeit kann ja nicht sein, wenn wir halb zwölf haben. Ich weiß es doch nicht. Mach mich doch nicht fertig. Ich dachte, das wäre schon seit einer halben Stunde vorbei. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? 83. Was? Stark. Ein Punkt ist aber auch richtig hart. Oh nein, Mann. Unschuldig. Krass. Ob das so viele wissen? Ich glaub das nicht. Ich glaub, das ist so common knowledge wirklich. Das wusste ich nicht. Scheinbar 83 Prozent der Leute wissen. Ich hätte zu den 17 gehört. Beziehungsweise nicht. Ich hätte auch nicht gewusst. Ich hätte raten müssen. Ich hätte raten müssen. Diese Folge. Und einen Punkt bekommen Jules und Martin. Und das bringt euch mit 22 Punkten den zweiten Platz. Aber gewonnen haben Brammen und Christian mit 24 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Alter. Das ist ja schlimm. Was? Da haben wir im... Oh Gott, das geht doch lecker. Im 15 Stunden Stream hab ich die entdeckt. Oder wieder entdeckt. Ich hab das irgendwann schon mal gesehen, dieses Video. Da haben wir uns morgens noch reaktiert. Und inzwischen jeder Tätigkeit haben wir eins ihrer Videos geguckt. Boah, zum Glück war ich mit dem Pizmi-Account eingeloggt und nicht mit meinem Privataccount. Das waren die meistgesehenen Twitch-Clips aus dem Monat Juni 2023. In viel Diablo, ne? Manche sind so ein bisschen random, aber ich mag es trotzdem da nochmal aus der Perspektive auf den Monat zurückzublicken, weil häufig diese Twitch-Momente gar nicht in den Best-ofs vorkommen. Das ist richtig. Warum nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Achso, okay. Das klang so, als hättest du dir die Antwort selber schon zureckgelegt. Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, ich frag dich mal. Aber... Enttäuschend. Ja, okay, sorry. Hat meine Mutter auch immer gesagt. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.